Jetzt gibt es hier von XXX den Volt 3-3, auch 3 Schlagpiraten, 67 Gramm NEM auf der Packung, also 0,67 Gramm pro Böller, Kategorie P1. Die sind alle gleich aus, nicht? Alle die gleiche, obwohl die haben andere Reibköpfe, aber von der Farbe und Aufbaugröße her. Mach mal einen, ne? Ja. Boah, älter verpackt. Schon gut, bisschen nach. Die sind nicht schlecht. Sind die Besten bis jetzt, ja. Die sind zu empfehlen, lustige Artikel, finde ich. Willst du noch ein paar haben? Ja. Das ist schön. Ich muss kurz Nachschub holen, machen wir noch ein paar. Oh, den können wir schnell los jetzt. Ja? Das ist ja ganz gut. Ja, alles klar. Ich weiß ja. Das wird schon mal. Ich weiß ja.